Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Whiteyboy unterwegs und die Aufnahme ist am Anfang des Halloween-Events entstanden. Heute sind wir unterwegs mit Julie, Dalu und Essex und ich würde sagen, viel Spaß mit der Runde. Hattet ihr die Vorschule? Ja. Hattet ihr die Face-Bugs auch? Äh, ja. Achso, ja, ja. Waren die auf jedem Charakter? Ich glaube nicht auf allen. Bei mir schieb aber was im Massaker. Moment, was denn, was denn? Face-Bugs. Waren die Gesichter so richtig deformiert. Das war aber irgendwie los. Trapperoni. Mach du den einzelnen Gen. Ein zweier Gen hier oben. Okay, cool, cool. Hattet bei der Schule schon hier ein Fallen gelegt. Er hat Corrupt, aber das bringt halt nichts. Oh shit, ich glaube ich verletz mich. Jetzt gleich wieder offen, sagst du. Du kämpfst wahrscheinlich den Solo. Ja, ja, ich chill kurz, ich warte kurz. Drei, vier Sekunden noch, dann bin ich ready. Ich glaube, ich finde, ich finde eine Falle, sag ich dir. Ich finde eine. Ihr könnt die Falle entschärfen. Also ihr verletzt euch nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Aber wenn wir reinlaufen, verletzen wir uns. Wahrscheinlich schon. Seine hat das auch drauf. Das ist mittlerweile nicht mehr sicher, Julie. Also du hast nur noch eine 20-prozentige Chance. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe die Schule komplett ab. Der Keller ist nicht in der Keller. Oh, hat er Tüftler? Ne, doch nicht. Nein, 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 nein. Okay. Sind sie jetzt an dem Gen? Ab jetzt nochmal den Chase neu anfangen, Asics. Okay, alles klar, mache ich. Warum habe ich Aggro? Er ist bei mir jetzt gerade. Ich bin im Survivor-Keller. Oh, ich bin da drüber. Viel Spaß dahin. An das Abend, die aber langsam auf die Fallen. Jaja, aber du verletzt dich nicht. Jaja, genau, genau. Ich gehe in Killerhütte dann mit ihm. Ich will wahrscheinlich noch einen in Bidingsgepässt haben hier vorne. Ach gut, da ist kein Keller. Julie, ich bin in der Palette. Oh, Julie ist geil. Das Problem ist, wenn man fast wollte. Sorry, ich bin schon weiter weg. Hatte Julie schon mal einen Palette safe? Also, jetzt nicht böse, also nicht blöd gemeint. Hattest du schon mal einen mit einer Palette gesaved, Julie? Ja, sicher, ja. Er legt einfach hier mitten im Nährebruch eine Falle. Zwischen den beiden Steinen ist eine Falle, Julie, aber du hast es gesehen, oder? Ich habe es gesehen. Okay. Nee, und ich laufe volle Kalle rein. Julie! Oh, was machst du denn? Ach so. Ich dachte, du trittst jetzt wirklich in die Falle, ey. Ja, weil du so schnell gelaufen bist. Grends, ich habe das alles unter Katrolle. Gennst, ich habe das alles unter Katrolle. Hi, hey, hey, meine Herz. Auf, auf, auf. Aber das ist Balltime, Bigtime. Jawoll. Grends, jetzt muss ich aber nehmen. Kannst theoretisch zu Viverkeller kommen, der Jan ist fertig. Ja, warte, ich entschärfe mal hier die Falle. Er hat wieder ein Deadlock. Sehen, ob sich die Falle hier automatisch scharf gemacht hat. Nee, hat sie nicht. Dust davon. Liegt mich nicht. Hat er hier wieder eine Falle gelegt? Auf der anderen Seite diesmal, okay. Hab dich. Ich habe ihn abgeschüttelt. Ach, da ist der Bengel schon wieder. Was will der? Ja, ich hoffe, die Maus mit gedreht wie nix. Uff, der mal eine Falle, die ist aber schon müde. Ist arm geworden. Das Einzige, was ich bei Dead Hard wirklich vermisse, ist das Fallen Dead Hard. War natürlich gegen den Trapper halt richtig kacke. Aber das war schon, das hat geile Szenen gegeben, wo du durch eine Falle Dead Hardest und der Killer rennt rein. Ich finde, das hatte so einen uniken Gag, der nur für den Trapper war. Ja, true. Aber er ist natürlich blöd, wenn der Trapper sowieso schon scheiße ist. Ja, so, weißt du. Dann wird er nochmal richtig gettiss. Voll weggeroastet. Ich meine nicht den Gegner jetzt, den wir haben, oder den Killer. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Er legt die Pfeilen auch in die Paletten rein, nicht da vorne danach, sondern man kann sich damit auch dutschen. Ich bin mir bei der einen hier nicht sicher hier draußen. Oh, jetzt könnte ich in den Keller kommen. Rinse geschnappt. Nee, er bringt mich nicht in den Keller. Okay, gut. Reicht ein Tank? Nee, nee, nee. Wir machen Gen Rush. Beeil dich, du, die wir ziehen durch. Ja, wir ziehen durch. Komm, straight up zu euch, glaube ich. Ah, gelogen. Jetzt geht er rum. Gelogen. Will er denn hier jetzt stehen bleiben, oder was? Oh, nee, man, ich diesen. Er hat jetzt die Chance, einen rauszunehmen, und wir brauchen noch drei Gens. Das ist das Problem. Geht der vor, der ihr facekill. Jetzt kannst du abhängen. Nee, geht jetzt grad zu planen, aber... Kannst du abhängen, ich hab ihn gepelletzt. Ja, ich häng ab. Wie lange noch brauchst du? Jetzt, aber, äh, Borrow Time. Oozis Borrow. Gamer Dead Heart. Ja, wir sind wieder hier angelangt. Heilst du wieder? Einmal das Klopapier neu sortieren. Ja. Du hast ja doch ne Pappe hängen. Oh, shit. Die muss noch weg. Oder die hält alles zusammen. Das ist das tragende Teil. Hat er die wieder aufgestellt, da hinten? Eins hier ist ein Jen. Machen wir Gen Rush, oder was? Ja. war ja wirklich genrush hier und highlight was macht er denn da also wir ziehen durch gehst du helfen julie ich will die falle da entschärfen aber lässt er mich nicht Essex ist eine falle hier ne ne alles frei das ist ein prank julie ich hatte kein Dead Hard Ready ich bin im Keller ich bin raus ne doch nicht bleib oben er hat nur die Tür aufgemacht nett von ihm gehts okay Leute gehts okay Leute gelogen 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 kommen wir zurück gehts um Jen Essex rettet dich gelogen das war ne Wunschvorstellung ich renne oh an dem Fenster war ne Falle krass ich rette dich er kommt zu mir er kommt zu dir er kommt zu dir er kommt zu dir jetzt oder nie Klopapier hier ist hier der Fläch der auch wieder nicht weggehen will hier ich will ja ihr habt es ne ja ja haben wir ja ja faked er der hat ich weiß nicht der hinter mir ist sogar auch noch ein also bei mir hat er gerade einmal abgewartet aber nur weil er wusste dass ich es hab ok ja ok jetzt am Jen 70 du Papier ist auch ein wertvolles Gut ist in Düsseldorf wieder knapp oder wie da sind ja hier die ganzen Leute die immer alles prepen ich muss abhauen vom Jen Rensum mach du mal den von Juli wo war Juli dann dran ich hab Hyperfocus an der Straße beim weißen Ben der war dann helfe ich aber erstmal ja hilf bitte ich bin wieder an meinem Jen ach er ist hier ich dachte er ist hinter dir her ok Juli du musst dann mithelfen und abhängen ihr müsst uns zweit abhängen ich mach Hyperfocus und Jen fertig ich bin dann raus wahrscheinlich wo bist du ich bin im Solo in dem Haus mit dem Solo Jen ah ja da bin ich auch wo bist du ich bin unten jetzt unten renne ich rein hinten ja ich bin vorne an der Tür schaffst du es noch nach links raus ja ja hallo danke ja sehr gut was war der Jen bleibt er bei dir er bleibt bei mir ok Juli wohl war dein Jen nochmal auf der Straße wir haben ihn fertig wir haben ihn fertig ah dann komm ich zurück ich hab nicht reagiert er hat mich an er war alles gut alles gut wir schaffen das ich hab echt kein kein Bild davon unten rechts von mir also irgendwie buggy ich hänge Moment ist Katzenfutter knapp und dann generell oder das von Maas generell oder das von Maas ich hab nur nicht hingeguckt das ist natürlich krass ich versuch sie grad zu spotten er legt bei mir mehrere Fallen gerade hinter mir rechts eine aber so wenn ihr über die offenen Sachen geht dann seh ich grad nichts aber da wo einer von euch herkommt jetzt ist eine ja ja ich entschärf die ja ja komm komm doch zu mir nein 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 das wird meiner Katze aber nicht gefallen der ist mein Ärger na du ich versuch's antäuschen 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 loslassen oh scheiße bist du da in der Nähe noch Essex bist du da in der Nähe noch Essex häng aus ich bin grad in der Schule im Keller na easy jetzt hat er auch die 6 gespart weil der Juli nicht hauen musste das ist absolut schade wer kommt dahin wo gerade jemand hing da los nein jetzt loslassen ist nicht komm zu mir Juli er ist nicht bei mir er ist an der Schule geht er außen rum er ist nichts ich hab ihn gestunnt in der Schule jo dann geh ich zu Juli er ist jetzt in den Keller gegangen jo er hat mich jetzt gesehen ne hör er geht einfach weg von mir ok er geht zum Haken jo wie weit ist der Jen im Keller nicht weit ok 30 oder so er will Juli ich bin am Jen im Keller er will mich er holt mich hat ihm jetzt aber schon ein paar Stacks gekostet weil ah ne warte mal doch hat er dich zweimal standen kein Borrelchime kein Borrelchime mit ok ich hab er schon den Anok jetzt müssen wir ihn leider anziehen er geht zum Haus rein Keller 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 alle DOH alle DOH alle DOH funny 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 schade er kommt zu mir mein Jen war auf 80 der draußen ein ich schaffe meinen vielleicht ich bin bei 70 ok nice dann bleibe ich mal hier in Jen weil er geht wieder zu dir zurück da dann schaue ich ihn nicht wir sind hinter mir aber wenn wir immer abwechselnd machen dann passt's ich bin jetzt so bei 90 er kommt jetzt wieder zu mir ich bin bei 80 er geht zu dir er geht zu dir ja er geht zu dir schaffst du es dann kann ich dann hier raus ja ich bin jetzt bei 90 ungefähr aber müsste ich es schaffen er bleibt bei mir wenn er nötert bin ich tot direkt ich helfe sollen wir ihn fertig machen oder nicht soll ich dann hit erstmal wahr ok ja er kommt dann direkt zu check gelaufen Dalu ich hab er zur Kontrolle kanns kanns kann ok Juli hier ist er bei uns Vorsicht jeder für dich laff check Tor check Tor check Tor ja check ich glaub ich hab auch keine Falle hier gesehen oh shit hier liegt eine Falle er lachs nicht im Loop hier liegt eine Falle leider ich versuch die Palette gleich zu ziehen dann kannst du vielleicht bolten ja ich glaub ich bin eh raus ja lasst ihn in Ruhe tut 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 warte wo ist der Ausgang hast du noch Healing Points die Geiern Ney Team Points nimm ich die Geiern die Geiern die Geiern Juli bist du auch raus ne ich bin bei der Kinderhütte ich bin bei der Kinderhütte ja hier hinter ist der Ausgang du bist full life du musst einfach nur herkommen ok 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 ja du du Arsch ich könnte die Punkte wieder nicht hätte Juli geblattet was wie hat sie sich denn da durchgelaufen sie ist da durch sich durchgelaufen ja hey das entschieden ist das Juli ich hab mich durch Juli kanns wieder durchs Klopapier durchgedrückt es war nicht das sichere Klopapier was ich gekauft habe war nicht reißfest leider weil die Lage ich ne war nur das recycelte das war ein spannendes Match da schließe ich mich doch mal an Leute war auf jeden Fall eine sehr lustige Runde ich hoffe euch hat es auch gefallen falls dem so ist lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr mögt dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dahin euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen hau da rein ciao ciao